Ich bin Kerstin Schulz, bin auch Alumna von der Makromedia-Hochschule und ich bin aktuell bei Nielsen Sports tätig. Ich glaube, die wichtigsten Dinge, die ich aus meinem Studium jetzt in meinem Job anwenden kann, ist, dass ich immer aktuelle Beispiele hatte, an denen ich gelernt habe. Gerade diese aktuellen Themen zu besprechen, auch Ansprechpartner zu haben, die in der Wirtschaft selber tätig sind, waren für mich wahnsinnig wertvoll. Ich würde auf jeden Fall für jeden Bereich empfehlen, ein Hochschulstudium zu machen, weil man so viel über sich selber lernt. Also man lernt sich selber kennen, seine Zeit richtig einzuschätzen. Man lernt ja auch Interessen kennen, die man vielleicht vorher nicht vermutet hatte. Und deswegen würde ich es eigentlich jedem empfehlen, ob jetzt in meiner Branche oder in einer anderen Region.